Hallo, mein Name ist Phyllis Töckern und ich bin freiberufliche Medienpädagogin. Im nächsten Web-Talk möchte ich mit Ihnen über das Thema Cybermobbing sprechen. So toll es auch ist, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene digitale Medien zu nutzen, hat die Nutzung natürlich auch Schattenseiten. Eins der problematischen Themen ist das Thema des Cybermobbings. Familienmitglieder müssen über die Risiken und Auswirkungen Bescheid wissen. Genau darüber möchte ich mit Ihnen am 30. September 2024 um 20.15 Uhr sprechen. Schön, wenn Sie dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.